Hallo und sehr. Letztes Cent für heute Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr alle zusammenkommen seid, hier bei Moll. Ich wollte uns bedanken bei der Bedienung von Moll und bei Ines für alles, was wir hier in unserer Stadt machen. Und es geht weiter, wenn jemand so was im Grünen ist, ich stricke noch ein auf euch. Und es geht weiter. 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 Und es geht weiter.